Hey Leute, bei dieser Aufgabe sollen wir drei verschiedene Obst- und Gemüsesorten im Inventory haben und diese dann werfen. Wichtig ist bei dieser Aufgabe, dass ihr darauf achtet, dass es wirklich drei verschiedene sind. Ich markiere auch gleich nochmal ganz kurz den Ohr. Ich zeige euch mal hier. Schaut mal, hier sind super viele Obstkisten unterwegs. Die können wir alle sammeln. Und wenn ich das richtig so sehe, dann würde ich sagen, habe ich schon alles. Und zwar bin ich hier bei Greasy. Ich markiere es euch mal hier unten in der unteren Etage, wo das Wasser steht. Da könnt ihr ganz viele dieser Obstkisten öffnen. Kriegt ihr nebenbei auch nochmal ein paar XP. Hier kann man sowieso ganz gut looten, wie ich finde. Und dann solltet ihr nichts anderes machen, als diese zu werfen. Und das mache ich jetzt mal. Ich bin dann ganz kurz nur einen Schritt zurück. So, und jetzt seht ihr schon hier, ich habe Mais, ich habe hier irgendeinen Kohl, ich habe hier noch einen Pilz. Das Zeug, ups, den habe ich auch noch gegessen aus Versehen. Das habe ich einfach geworfen. Es müssen verschiedene Sachen sein. Also achtet da drauf und dann habt ihr diese Aufgabe schon erledigt. Das war es. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei all diesen vielen Aufgaben, die es heute gibt. Bis dann. Ciao, ciao.